Musik Wie ging das doch gleich? Ach ja, Lerum, Laum, Löffel, Stiel, alte Weiber essen viel, Junge müssen fasten, Brot in den... Die Kamera läuft ja bereits. Naja, beabsichtigt, ehrlich gesagt. Keine Bange. Ich lade jetzt nicht etwa zum Stuhlkreis ein in den Parkinson- oder Behinderten-Kleinkindergarten und ich will auch nicht irgendwie einen Beitrag machen zur Fastenzeit für alte oder junge Weiber. Nein, nein, nein. Das Lied geht mir nur gerade nicht aus dem Kopf und es geht da um eine gewisse, naja, Namensähnlichkeit. Raten Sie mal, Lerum, Laum? Ja klar, es geht mal wieder um die Lierhaus. Lierhaus, Lierum, Laum? Ähm, albern, ich weiß. Mal im Ernst, Sie kennen doch die Lierhaus, Monika Lierhaus. Das ist die mit der selbst erteilten Lizenz zum Gelddrucken. Sie erinnern sich. Monika Lierhaus, eine begabte und nicht mal ganz unbekannte Sportreporterin, Hauptsache Fußball, in der ARD, hatte eine schlimme OP. Da war ein Hirnaneurysma, war geplatzt, danach einige Monate im Koma, langsam wieder hochgekrabbelt, aber schwer behindert. Und klar, so weit, so schlecht. Dann tauchte sie wieder auf, mit einem eher von allen Beteiligten, außer von ihr selbst, eher peinlich bewerteten Auftritt. In einer Fernsehgala, Preisverleihung, mit einem inszenierten Heiratsantrag an ihren Verlobten. Seitdem hat man davon nichts mehr gehört. Und dann kam der Paukenschlag. Monika Lierhaus schaffte es, zum Star der ARD-Fernsehlotterie zu werden. Viel musste sie dazu nicht machen, konnte sie ja auch nicht. Sie war und blieb ja weiterhin schwer behindert, mobilitätsgestört, sprachgestört, konnte sich kaum verständlich ausdrücken, artikulieren. Aber sie bekam für wöchentlich ein paar Minuten Sendezeit die satte Summe von einer knappen halben Million Euro pro Jahr. Fanden damals viele nicht so toll. Übrigens auch unter uns Behinderten. Nun gut, irgendwann lief dieser Vertrag aus jetzt. Und dann war natürlich Monika Lierhaus sofort wieder dabei und sagte, ich will jetzt aber für die ARD zur Fußball-Weltmeisterschaft als Reporterin wieder. Diesmal war die ARD vorsichtiger und ich weiß nicht, ob sie abwinkte oder nicht genug zahlen wollte. Das ist nicht bekannt. Aber die Lierhaus wäre ja nicht die Lierhaus, wenn sie es nicht trotzdem schaffen würde. Sie macht das jetzt nämlich für einen Bezahl-Sender. Entschuldigung, man nennt die Dinger so. Es ist der Sender Sky. Den kriegen sie nur, wenn sie richtig nochmal was abdrücken. Für die Lierhaus unter anderem. Die haben die jetzt eingekauft und da darf sie jetzt Interviews machen. Rund um die Weltmeisterschaft. Das erste hat sie jetzt abgeliefert. Eigentlich ein ganz spannendes Interview. Zumindest hat man das erwartet, denn Interviewpartner war niemand geringerer als der frühere deutsche Nationalcoach Jürgen Klinsmann. Klinsi. Noch in guter Erinnerung, der ist jetzt mittlerweile Trainer der US-Nationalmannschaft im Fußball. Also da, das hätte ein spannendes Gespräch werden können. Es wurde ein nettes Gespräch. Ein braves Frage- und Antwortspiel. Keine Nachfragen. Keine kleinen Sticheleien. Keine Dynamik im Gespräch. Langweilig. Vielleicht stellt sich die Frage, ist Lallierhaus, wie sie manchmal auch genannt wird, nun ein Vorzeigefall für die von uns allen geforderte und gewünschte Inklusion, oder ist das was anderes? Oder zeigt sie vielleicht, mal ganz kritisch nachgefragt, die Grenzen auch einer solchen Inklusion auf? Ich neige zu zweiterem. Es ist toll, dass Monika Lierhaus sich wieder in ein aktives Berufsleben zurückkämpft. Da gibt es überhaupt keine Frage, das ist keine Diskussion. Dass sie ein bisschen arg geschäftstüchtig ist, steht auf einem anderen Blatt. Das ist auch hier nicht das Thema. Obwohl mir das wirklich nicht gefällt. Es ist irgendwo ein Hohn für alle Behinderten, die für Hungerlöhne, wenn überhaupt, arbeiten dürfen. Es ist die Frage, kann eine Einbehinderter, eine Behinderte, kann die alles, darf sie alles? Ja, sie darf alles. Lierhaus darf auch wieder als Journalistin arbeiten. Aber kann sie es? Ich behaupte, wenn überhaupt, dann nur sehr eingeschränkt. Es gibt zahlreiche Fälle mittlerweile, auch im deutschen Fernsehen, in der Fernsehlandschaft, wo Behinderte einen hervorragenden Job machen. Hochprofessionell, ohne Arme zum Beispiel, sonst wie behindert. Aber ein bisschen was gehört nun mal zu den elektronischen Medien dazu, ob das nun Radio oder Fernsehen ist. Und das ist vor allem Konzentrationsfähigkeit bis zum Gehtnichtmehr. Es ist ein Stressjob, der alles mental abverlangt. Und natürlich die Fähigkeit zu sprechen. Es ist nun mal ein sprechendes Medium. Beides ist bei Behinderten wie Monika Lierhaus nicht mehr gegeben. Sie hat das in ihrem ersten Interview jetzt mit dem Klinsmann deutlich gezeigt. Sie ist auf Nummer sicher gegangen, hat ein braves Frage-Antwort-Spielchen gemacht, dass ich einen Berufsanfänger vielleicht noch irgendwo durchgehen lasse, was ihn aber bestimmt nicht zu einer weiteren Karriere in dem Job befähigt. Und mit ihrer Sprache ist es auch nicht weit her. Mir ist klar, dass jetzt gar nicht so wenige politisch äußerst korrekte nichtbehinderte Menschen und behinderte Menschen über mich herfallen werden. Wie kannst du nur, Behinderte dürfen alles, können alles. Nein, Behinderung heißt eben auch behindert sein in einigen Fähigkeiten. Und da sind manche Berufe dann eben so nicht mehr machbar. Ich selbst bin ein Beispiel dafür. Ich habe mehr als 40 Jahre, länger als 40 Jahre gearbeitet als Journalist bei Zeitungen, lange Zeit. Und die letzten 20 Jahre meines Berufslebens für Fernsehen auch, für öffentlich-rechtlichen Fernsehen und für öffentlich-rechtliches Fernsehen und für den öffentlich-rechtlichen Hörfunk, das Radio. Ich habe bereits bevor meine chronische Erkrankung an Parkinson diagnostiziert wurde, in den letzten ein, zwei Jahren meiner Tätigkeit dort festgestellt, dass ich sprachlich noch relativ gut drauf war, aber dass zum Beispiel meine mentale Leistungsfähigkeit stark nachließ. Es ging nicht mehr. Ich habe die Konsequenzen gezogen. Das habe ich für mich entschieden, für niemanden anderen. Ich entscheide es natürlich auch nicht, kann ich gar nicht, darf ich gar nicht, für Frau Lierhaus, aber sie tut sich keinen Gefallen. Sie erzeugt nur immer wieder einen Hype um sich. Sie ist eine gute Selbstdarstellerin. Sie ist ehrgeizig, das ist ihr nicht vorzuwerfen. Nein, das ist nichts Negatives, aber da ist mehr Schein als Sein. Sie tut sich keinen Gefallen damit. Da bleibt allenfalls noch ein sehr hochbezahlter Mitleidsbonus. Uns Behinderten tut sie ganz bestimmt keinen Gefallen. Da gibt es andere, bessere Beispiele, auch und gerade in den Medien. Liebe Monika Lierhaus, mein Wunsch an Sie, finden Sie zu sich selbst zurück. Finden Sie die wirklichen Fähigkeiten, die Ihnen noch geblieben sind. Das ist eine Menge mit Sicherheit. Aber das ist nicht diese Selbstdarstellung, Selbstgefällige, sich selbst feiern, um jeden Preis. Jos van Aachen Das ist ein Takt, der wir sehen uns nicht. Du hast sie nicht. Ich bin ein Takt, der wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.